Das Ziel ist, dass wir eine gesamte ökologische Region werden. Das heißt wirklich ein Zusammenschutz von Gemeinden, die in einem sehr großen Umraum sind und sozusagen die erste ökologische Region werden. Das ist das Ziel. Da gibt es nur ganz viele verschiedene Teilziele, dass man Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung kann, dass man verschiedene Altersklassen erreichen in der Gemeinde, also von Kindern bis zu Bürgern bis zur Ehrenamtlichkeit, das ist ein großes Thema in der Gemeinde im Moment, wo man auch versucht, etwas zu bewegen, das ist ein schwieriges Thema, und im Moment ist es ganz toll natürlich unglaublich hervorragend. Gibt es Beispiele, Aktivitäten, die für die anderen Gemeinden auch interessant sind? Für andere Gemeinden teilzunehmen oder? Nein, was ihr braucht, dass die ein Beispiel davon nehmen können. Die 26 Gemeinden sind wirklich total motiviert, was mich riesig freut. Letzte Woche haben wir verschiedene Veranstaltungen, wir machen die immer wieder, das ist sozusagen geblockt, wie kommen wir als erstes mal vor Ort in der Gemeinde mit ein, nach Erstberatung, da schauen wir uns an, was für Probleme gibt es in der Gemeinde, wo ist das Hauptproblem? Unkraut. Und was gibt es sonst noch? Ja, das sind ja meistens zwei Bereiche und hier aber dann noch notiert in allen Gemeinden, was ist von Interesse, was braucht ihr? Wo braucht man noch? Wo braucht man noch? Und da hat sich zum Beispiel ergeben, dass die meisten Gemeinden angegeben haben, oder eigentlich fast alle, dass Blumenwiesen oder Artenreichtum sowas auch ein Thema ist und dass die meisten ein Problem haben bei der Blumenwiesenanlage. Weil man glaubt immer, das ist so einfach als Thema, aber wenn man sagt, ob man eine Blumenwiese anlegt, dann kommt man sehr schnell drauf, dass es nicht ganz so einfach ist. Also darum wird es dann teilweise gewaltig in den Gemeinden. Und zudem haben wir zum Beispiel letzte Woche eine Weiterbildung veranstaltet, das machen wir uns als Vernetzungstreffen. Das heißt, wir gehen in eine Gemeinde von den 26, in dem Fall war es Zwentorf, weil die ganz wunderbare Blumenwiesen haben. Bis dato habe ich gewusst. Haben wir einen Theorieblock, wo wir jemanden holen, der uns etwas darüber erzählt. Dann hat zum Beispiel der Gemeindegärtner von Zwentorf uns erzählt, wie er das macht, was seine Erfahrungen sind. Und dann sind wir raus und haben uns in der Praxis draußen die Wiesen angesehen. Und das war wirklich toll. Und am Schluss sind schon die meisten gegangen und zusammen geerntet. Für ihre eigenen Wiesen haben wir uns auch riesig gefreut. Ja und dadurch, dass wir uns halt regelmäßig vernetzen, kennen sich die Leute schon untereinander. Und das ist auch der Sinn von diesem Projekt, das geht bis Ende 2019, dass eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das heißt, jetzt wissen es 26 Gemeinden, dass sie sich nach Zentorf wenden können und uns alle zu kommunizieren machen. Super. Jetzt ist ja das Thema heute Geräte und Unkrautmanagement. Ist da eine Diskussion, da gibt es ja auch kleine und große Gemeinden in einer Region? Ja, wir haben vom NIDA-Projekt her am Anfang uns ein Gerät zugelegt, also gemietet sozusagen, was wir im Abstand stationiert hatten. Das ist ein Heißwasser-Heißdampfgerät. Und waren am Anfang der Meinung, dass das für alle Gemeinden die Non plus Nutra Lösung ist. Und ja, funktioniert so, haben wir halt eh schon ein paar Mal gehört. Das Spannende war, dass das nicht so ist. Also ich muss jetzt ein bisschen konträr zu dem, was auch vor mir in der Korre richten muss ich dazu sagen. Für mich, im Moment, was ich sehe bei meinen Gemeinden, ist das für große Gemeinden, wie Tull, gehört eben auch dazu, in der Region, macht es wirklich Sinn, so ein Gerät, das Wasser heißt Dampf in dem Sinn. Aber für kleine Gemeinden eher nicht. Also es ist bei unseren kleineren Gemeinden in der Region so, dass das erstens ein großen Faktor ist natürlich. Dann, wir haben es heute schon in den Diskussionen gehört, Wasserverbrauch ist irgendwie in aller Munde und dann noch, wenn man zwei Personen zu bedienen braucht bei den meisten Geräten, wenn man es nicht anbaumäßig drauf hat. Das heißt, es haben nicht einmal alle Gemeinden das Gerät genützt, sich nicht gewohnt, weil sich die Kapazitäten nicht hat, mich das zu verwenden. Interessanterweise, was die Gemeinden machen, ist sehr unterschiedlich und ich habe gesehen, das werdet ihr auch wissen in der eigenen Gemeinde, es kommt darauf an, wie viele Personen habe ich überhaupt, die einzusetzen sind, wie was arbeite ich gerne. Das komme ich immer wieder darauf, dass das der Hauptpunkt ist, wie was tut sie leicht mit Arbeiten. Habe ich schon die Rechte vor Ort. Ja, was für Techniken mag ich selber. Und wir haben Gemeinden zum Beispiel, die gehen nur mit Schnürmeer, also mit Freischneider und mit Klärgerät. Reicht aus. Was man in Kontakt treten, sind kleinere Gemeinden, die sagen, sie gehen öfters mit der Klärmaschine. Das heißt, sie saugen sozusagen den ganzen Humus und den ganzen Flug, Sand, Stau, Erde auf. Und jetzt im zweiten Jahr, es ist schon wesentlich weniger geworden. Und darüber steht ja jetzt halt mit Freischneider. Gibt es ja ganz viele Varianten. Ich habe jetzt gerade unten gesehen, dass es welche gibt, wo weniger wegfliegt, wo ein Schutz drauf ist und so weiter. Und wenn ich jetzt mehr Meinung sagen darf, muss nicht mehr sein, das sind ja die Meinungen von den 26 Gemeinden. Ich glaube persönlich, dass die mechanischen Geräte interessant sind für kleinere Gemeinden. Ich habe mir jetzt draußen einige angeschaut und konnte etwas mitteilen von den Herstellern der mechanischen Geräte. Ich habe nachgefragt, warum wir drei Arbeitsgänge eigentlich brauchen. Also Oberkante, Unterkante und dann müssen wir an und auf fahren und aufsaugen, also mit der Klärmaschine. Und das wurde jetzt aufgenommen von zwei Firmen und die geben das hier weiter an die Techniker und sagen, sie werden eine Geräte gibt, verstanden Sie? Was Oberkante, Unterkante und gleichzeitig natürlich, das gibt es heutzutage eh schon, was dann aufsaugt. Und die werden uns dann mitteilen, wenn sie vorhaben, das zu produzieren, aber da gibt es gleich an den Techniker weiter. Sehr cool. Gibt es Fragen an die Fiona Kiss von Ihrer Seite? Kein Problem, die Fiona ist noch da und kann man auch bis 16 Uhr jederzeit ausfragen. Und natürlich auch die Gemeinden, die da eher hinten sitzen, die aus der Region sind, die hermählige Erfahrungen mit, glaube ich. Ich habe da was vergessen. Ich habe da was vergessen. Das ist noch ein wenig. Ich schaue das so aus. Wir werden noch ein bisschen Weiterbildungen machen und uns umgerechnet kümmern. Wir haben ein Gesamtkonzept über diese drei Jahre, wo wir ökopädagogische Programme starten mit der Regionen mit der Einstellung der acht Ökopädagoginnen, die auch aus der Region ausgewählt wurden. Dann gehen wir in die Schulen sozusagen von acht bis zwölf Jahre. Dann haben wir dieses Weiterbildungskonzept, dann führen wir ein Grundflächenkataster ein. Und wir sind ein transnationales Projekt. Das habe ich nicht erwähnt. Das heißt, wir machen das mit Sachsen-Anhalt in Deutschland gemeinsam. Und da gibt es auch einen Russen-No-How-Austausch. Also wir schauen, wie tun wir da. Also ein bisschen ein Überblick. Für den Telerant zu kriegen. Danke für eure Kies.